Cartoon Network lädt dich zum Halloween-Festschmaus ein. Zwei Tage lang erwarten dich gruselige Leckereien. Zum Frühstück gibt's Saures für die Süßigkeiten. Serviert von Billy und Mandy in Eisenfaust. Über einen Geheimgang kommst du in die Turmspitze, wo Billy und Mandy schon den Nachmittagstisch gedeckt haben. Frisch aus der Unterwelt haben sie euch Kaffee und Knochen mitgebracht. Hat irgendwer Hunger? Und als besonderes Highlight auf großer Flamme gekocht. Die Deutschland-Premiere von Fire Breather. Das ist mein Sohn. Halloween bei Cartoon Network. Am 30. und 31. Oktober ab 9 Uhr. Nur hier bei Cartoon Network. Musik